Ja, Freunde der Technik, wir haben heute was ganz Besonderes bekommen und zwar das OnePlus X. Das ist sozusagen das Mini-Modell vom OnePlus 2 und das ist ja vor kurzer Zeit erschienen. OnePlus zeichnet sich ja vor allen Dingen dadurch aus, dass sie gute Hardware zum günstigen Preis anbieten. Das Problem ist aber, die Hardware bekommt man nur über Invites. Das ist auch hier der Fall. Wir wollen jetzt aber mal gucken, was bekommen die Leute, die einen Invite bekommen. Und dann gehen wir mal näher darauf ein, wie ihr so ein Gerät auch bekommen könnt. Ich mache es jetzt mal auf, löse die Verpackung mal auf. Sieht schon mal ganz edel aus, ein bisschen farbfroh und da ist es auch schon. So, das sieht doch auf den ersten Blick fast ein bisschen so aus wie ein iPhone 5. Ja, ist relativ edel. Wir schauen uns das mal an, aber erst gleich. Jetzt wollen wir erst mal gucken, was da im Inneren schlummert. Und da haben wir eine ganz normale Hülle, gucken wir uns gleich an. Natürlich hier die ganzen, ja, jede Menge Kurzanleitungen haben wir hier drin. Brauchen wir nicht, das kriegen wir auch so hin. Dann haben wir noch ein schickes USB-Kabel. Sieht sogar relativ stylisch aus. Und natürlich darf der Netzstecker nicht fehlen. Das ist jetzt nicht wirklich spektakulär. Ja, war es das schon, ist die Frage. Also ein Headset vermisse ich auf jeden Fall. Das fehlt auch. Wollen wir mal gucken, was hier noch drin ist. Öffnen wir mal. Oh, und da sieht man schon, so unscheinbar diese Verpackung auch aussieht, so cool ist auch der Inhalt. Cool trifft es in dem Sinne wirklich. Wir haben nämlich hier eine Handyhülle drin. So, die muss man dann nicht für ein paar Euro dazukaufen, sondern die ist einfach direkt da drin. Und wir werden auch gleich sehen, warum. Das Handy ist nämlich relativ edel, besteht aus Glas und dementsprechend ist so eine Schutzhülle gar nicht so schlecht. So, starten wir uns jetzt mal das Handy. Das ist ja das Wichtigste. So, ich habe ja gerade schon gesagt, das erinnert doch relativ an ein iPhone 5. Hat eine Glasrückseite, die ist ja auch vor allen Dingen noch vom iPhone 4 bekannt. Sieht relativ edel aus und kommt mit Gorilla Glass 3 daher. Das heißt, es sollte eigentlich relativ kratzfest sein. Ob es so wirklich ist, das werden wir dann im Alltagstest sehen, ob es da nicht kleine Mikrokratzer gibt. Jetzt freuen wir uns aber erstmal daran, dass es noch relativ jungfräulich aussieht und auch relativ schlicht und schick. Und ja, gucken wir uns das Gerät mal einmal genau an. Die Seiten stehen aus Aluminium, leicht geriffelt, sieht relativ edel aus und liegt auch wirklich gut in der Hand. Also es ist, ja, schmiegt sich gut an. Ich komme, das hat ein 5 Zoll Display, komme ich relativ leicht an alle Ecken. Und Enten ran und muss sagen, so der erste Eindruck, ja, das hat was. Und vor allen Dingen das Besondere ist, das Gerät kostet nur 270 Euro. Das heißt, ich habe hier für 270 Euro jede Menge Technik drin, da kommen wir gleich noch zu. Aber ich habe für 270 Euro auch ein relativ schickes Handy. Da hat OnePlus also schon mal ganz gute Arbeit geleistet. Jetzt schauen wir uns mal das Handy näher an. Da mache ich einen Double-Klick, das kann das nämlich zum Beispiel. Und wir sehen hier die Oberfläche, das ist Oxygen OS, das ist eher eine Eigenentwicklung. Und da sehen wir letztendlich, ist das mehr oder weniger schon Stock Android, also das mehr oder weniger das pure Android. Da gibt es natürlich ein paar kleine Änderungen, wie wir das gerade schon gesehen haben mit diesen kleinen Gesten. Aber das funktioniert alles relativ gut. Wir sehen, klar, hier ist das Menü. Alles relativ fluschig, alles relativ schnell. Und die Hardware hat es auch in sich. Also wenn man bedenkt, dass ich hier 270 Euro gerade in der Hand halte, da haben wir einen Snapdragon von Qualcomm, den Snapdragon 801. Das sind 2,3 Gigahertz Kerne und davon gleich vier Stück. Dazu haben wir 3 GB RAM Arbeitsspeicher. Und wir haben dazu auch noch 16 GB Speicher. Die kann man hier an der Seite erweitern durch die MicroSD. Oder aber, wir haben nämlich einen Hybrid-Slot hier drin, oder aber wir packen einfach eine zweite SIM rein. Dann haben wir nämlich ein Dual-SIM-Handy. Das ist also relativ fein, wenn man bedenkt, was man bezahlt. Und, ja, dann haben wir hier vorne noch die Kamera. Leider ohne LED-Blitz. Löst immerhin aber mit 8 Megapixeln auf. Das heißt, Selfie-Freunde kommen hier ganz gut zurecht. Und hinten auf der edlen Front ist auch nochmal eine Megapixel-Kamera, 13 Megapixel-Kamera mit LED-Blitz. Das lässt also eigentlich soweit keine Wünsche offen. Stellt sich natürlich die Frage, was kann das OnePlus X jetzt eigentlich genau? Das wird jetzt in den nächsten Tagen der Computerbild-Test zeigen. Aber man muss auf jeden Fall sagen, erster Eindruck ist positiv. Es liegt gut in der Hand. Es ist wirklich sehr formschön, edel und bietet ein interessantes Preis-Leistungs-Verhältnis. Technik ist relativ stark. Jetzt ist natürlich die Frage, wie bekomme ich das OnePlus X? Das ist so eine Sache bei OnePlus, bei dem chinesischen Hersteller. Ihr müsst nämlich auf die Invite-Liste kommen. Das heißt, ihr müsst eine Einladung bekommen. Die bekommt ihr entweder, wenn ihr einfach gute Kunden wart in der Vergangenheit, oder aber ihr könnt euch auf die Warteliste setzen. Dann bekommt ihr nämlich Ende November die Möglichkeit, das Gerät zu kaufen für die 270 Euro. Und zu einem späteren Zeitpunkt soll das OnePlus X auch frei verkäuflich sein. Das Gerät an sich ist ja schon relativ edel. Wer es noch etwas exklusiver haben möchte, der kauft sich die Keramik-Version. Die kostet zarte 100 Euro mehr. Da sind wir bei 370 Euro. Besteht aber aus Keramik und soll laut Herstellerangaben, wir haben das Gerät nicht da, aber soll laut Herstellerangaben sehr edel sein und 25 Tage produziert worden sein durch verschiedene Beschichtungen. Das heißt also, da kriegt man noch ein bisschen mehr fürs Geld, ist auf 10.000 Stück limitiert und wir schauen uns jetzt erstmal die Glasvariante an.